Der neue SecuTest ST Base 10, wofür man die Geräte braucht, wie man sie benutzt, Infos über die neuen VDE-Normen und mehr, jetzt in der ersten Ausgabe von DataTag Unboxed. Hallo und willkommen zu unserer neuen Videoserie für Produktvorstellungen, Neuheiten aus der Mess- und Prüftechnik und mehr. Mein Name ist Jörg Scholl, ich bin Vertriebsleiter bei der DataTag AG. Heute präsentiere ich Ihnen den brandneuen Gerätetester SecuTest ST Base 10 aus dem Hause Gossen-Metrawat. Im neuen Lemon Green Design, welches ich sehr gelungen finde. Das ist ein Sicherheitsprüfgerät für ortsveränderliche Betriebsmittel, mit welchem man die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen bei mobilen, elektrischen sowie medizinischen Geräten, Schweißgeräten und mehr testet. Bei der elektronischen Sicherheit von ortsveränderlichen Betriebsmitteln haben Behörden, der Bund, aber auch die EU, Besondere Anforderungen und Regeln, das sind Pflichtprüfungen. Gerätetester wie der SecuTest ermöglichen es Fachkräften und entsprechend unterwiesenen Personen, schnelle und vor allem normgerechte Prüfungen nach DIN-VDE-Norm durchzuführen, die dann alle Gesetzeslagen berücksichtigt. Als erstes fällt das robuste Gehäuse in der neuen Signalfarbe Lemon Green auf. Der Bügel zur Aufstellung kann auch hochgeklappt werden und als komfortabler Tragegriff genutzt werden. Über Direktwahltasten, Softkeys und dem Drehschalter mit zwei Bedienebenen wird das Gerät komfortabel und intuitiv gesteuert. Im Gerät verankert sind alle notwendigen aktuellen Normen und über die offene Plattform können spätere Änderungen der Normen bequem eingespielt werden. Die Bedienung könnte kaum einfacher sein. Zuerst einmal ist da der schon erwähnte Drehschalter, mit welchem die Selektion der Prüfung eingestellt wird. Im konkreten Beispiel wähle ich die DIN-Norm EN 50699 und starte den automatischen Prüfablauf. Nun kommen wir zur Geräteprüfung. Wir machen konkret einen Messablauf nach der DIN-Norm EN 50699 an einem Prüfling. Das ist eine Halogenleuchte, Schutzklasse 1, welche wir nachher auch in Betrieb nehmen. Ich habe bereits die Sonde, welche im Lieferumfang enthalten ist, die SK2 verbunden mit dem Schutzleiter, mit dem Gehäuse des Prüflings. Diese Sonde ist verbunden über Leitung hier ans Gerät und die Leuchte selber mit ihrem Schuko-Kabel und Stecker dann auch im Sego-Tester eingesteckt. Kreislauf ist geschlossen und jetzt können wir tatsächlich die Prüfung starten. Eingestellt DIN EN 50699, Start. Als allererstes wird ein Kurzschlusstest gemacht, das wird kontrolliert vom Sego-Tester, ist die Sonde angeschlossen, ist ein Stecker angeschlossen, um Eigensicherheit und vor allen Dingen Sicherheit für den Prüfer zu gewährleisten. Nachdem diese Routine durchgefahren ist, geht es dann direkt in die Sichtkontrolle. Wir haben einen relativ großen Katalog mit verschiedensten Fragen zur Sichtkontrolle. Sichtkontrolle ist aber höchst individuell. Jeder Prüfling ist anders. In dem Fall ist für mich relevant, die Scheibe ist drin. Die Scheibe ist ganz, das Gehäuse ist ganz, ohne Bruch, ohne Riss. Wir haben eine Leitung von der Tülle, von der Einführung über die Leitung bis zum eingossenen Schuko-Stecker, was ohne Riss ist, ohne Knick ist, ohne Bruch ist. Und dementsprechend ist die Leuchte für mich in Ordnung und zur Prüfung freigegeben. In dem Fall sage ich Sichtprüfung bestanden. Und jetzt wird dementsprechend ein Diagnosefeld, ein Kommandofeld geht auf, was mir sagt, was ich zu beachten habe und dass ich dann auch die Sonde mit dem Prüfling verbinden soll. Das habe ich gemacht. In dem Fall, der Grenzwert, der voreingestellt ist, sind 100 Milliohm. Das ist der Schutzleiterwiderstand oder Schutzleiterniederohmigkeitswert. Hier lege ich ganze Ecke drunter und jetzt gebe ich frei. Es abteunt auch ein relativ lautes Geräusch. Jetzt werden nämlich 10 Ampere aufgeprägt auf diese Messroutine, um einfach auch hohe Übergangswiderstände oder Verschmutzungen an Geräten überbrücken zu können. Und trotzdem eine sehr gute und echte Messung mit einem echten Messergebnis bei der Schutzleiterprüfung zu ermöglichen. Dieses Gerät hat deswegen ST-Base-10 schon die 10 Ampere Prüfstrom und ich kann wählen 200 Milliampere oder 10 Ampere. Damit ist das Gerät bestens ausgestattet. Hier oben läuft eine Zeitroutine ab. Ich kann jetzt weiter schalten, gehe dementsprechend in eine klassische ISO-Prüfung. Es wird getestet nach Isolation, ganz klar, wenn so eine Leitung eine Wasserinfiltration hätte oder einen Bruch hätte, dann würde jetzt abgebrochen, weil der Grenzwert schlichtweg da nicht erreicht wird und es zu niedrig wird und dann die Schwelle gerissen wird und dann wird ausgelöst. So, jetzt kommt eine Warnung. Wir nehmen den Prüfling nämlich in Betrieb. Es wird hell. Wir machen jetzt eine echte Differenzstromprüfung. Es wird gemessen, was geht über den Leiter, über den schwarzen, braunen, was auch immer, über den L1 rein, was geht über den neutralen zurück. In der Phase dessen, dass wirklich aktiv hier die Leuchte angeht, wird eine Summenstromwaage gebildet. Es wird geguckt, was fließt über den Schutzleiter ab bzw. was wird verloren. Hier haben wir mit 3,5 mA einen sehr, sehr kleinen Wert, der als Grenze gilt. Und das ist aber einfach auch dann die Schwelle, die tatsächlich nachher auch den Personenschutz auch ermöglicht, weil natürlich wir nicht wollen, dass über Gehäuse, über den Menschen dort ein Ableitstrom in einer zu hohen Höhe dann nachher auch abgeleitet wird. Wir haben bestanden. Jetzt können wir inventarisieren. Wir haben alle relevanten Prüfungen erledigt. Es gibt noch die Möglichkeit der Netzumpolung, dann wird die Prüfung zweimal durchgeführt. Es gibt sehr viele Komfortfunktionen, welche wir wählen können. Wir können jetzt hergehen in der Inventarisierung über einen Barcode können wir dementsprechend das noch erheben. Das zeigen wir in dem nächsten Take, was an sinnvollem Inventarisierungszubehör enthalten ist bzw. optional möglich ist. Inventarisierung und das Nachhalten von Prüfdaten in Software sind extrem wichtig und mit der SecuTest-Gerätefamilie ist das Thema sicher und komfortabel gelöst. Auslesen des Testers in Software, bequemes Speichern und Verwalten der Daten bis zur Erstellung von Prüfberichten sind so schnell umgesetzt. Die Flexibilität ist enorm. Durch Anbindung des optionalen DataTag 3PA-Adapterkoffers erweitern wir das Prüfspektrum auf Starkstromgeräte 16 und 32 Ampere. Speziell in der Industrie haben wir einen sehr großen Gerätepark an ortsveränderlichen Betriebsmitteln, die oft auch sehr hoher mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, wie Verlängerungsleitungen oder richtig schweres Prüfgerät. Hier können wir mit dem SecuTester, mit dem vollautomatischen Prüfablauf genau gleich Drehstrom prüfen. Als weiteres Highlight haben wir den DataCov 1. Der DataCov 1, ein stabiler Aluminium-Rahmenkoffer mit Tragegriff, gibt dem SecuTest und dem Zubehör den richtigen Platz, die richtige Heimat und mechanischen Schutz. Hier findet Platz neben dem SecuTester, das Display wird ganz sauber geschützt über diesen Koffereinsatz, optional Barcode-Scanner. Am SecuTester haben wir zwei USB-Schnittstellen, dort können wir anschließen, zum Beispiel optional Barcode-Scanner, optional RFID-Scanner oder eine Tastatur. Des Weiteren festen Platz und wirklich alles fest verankert, EL1-Adapter mit drei Köpfen, optionales Zubehör, um 230 Volt Verlängerungsleitungen zu überprüfen. Die Kaltgeräteleitung für die Sonde. Für weiteres Zubehör haben wir in diesem Koffer sehr viel Platz gelassen. Diesen gibt es exklusiv bei der DataTag AG. In Sachen VDE-Norm, DIN-EN-Normen, verändert sich permanent die Vorgabe. Mit dem SecuTest ST Base 10 haben wir die Möglichkeit, ständig anzupassen. Wir haben eine offene Plattform, wir haben aktuell die aktuellen Normen noch drin, wie DIN VDE 070102, welche sich auch in einer Übergangsfrist befinden. Und wir haben aber auch schon neue Normen drin, wie die DIN EN 50699, welche wir vorher in unserem Prüfablauf hatten. Ihr Vorteil ist, wir können jederzeit nach aktueller Rechtslage mit diesem Tester die Prüfungen durchführen. Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns gerne in die Kommentare. Noch mehr über die SecuTest ST-Reihe finden Sie außerdem unter datatec.eu. Natürlich sind auch unsere Experten telefonisch, via E-Mail und per Online-Demo für Sie da. Erweitert wird dieses Angebot um eine technische Demo bei Ihnen vor Ort durch unseren Außendienst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.